www.orga.uni-sb.de Website Saarbrücker Formel Benutzername und Passwort eingeben Anmelden Berechnung starten Unternehmensname eingeben Kapitolversicherung Speichern Datenbank wurde aktualisiert Gruppe definieren Gruppe 1 Name der Beschäftigungsgruppe Abteilung Stromberg Stromberg Abteilungsleiter Man muss den Kunden schmieden, solange er noch heiß ist Teilgruppe 1 definieren Organisationsverwaltungs- und Büroberufe 90% Herr Becker Erika Berthold heißt der Kamp Tanja Seife Ulf Steinke Lars Linhoff Sabel Hippers Teilgruppe 2 Sonstige Arbeitskräfte 10% Koch Möllers hat Mäuse in der Küche Werte übernehmen Datenbank wurde aktualisiert Gruppe definieren Gruppe 2 Name der Beschäftigungsgruppe Name der Beschäftigungsgruppe Abteilung Dorkulu Abteilungsleiter Dorkulu Der Streber Organisationsverwaltungs- und Büroberufe 90% Dorkulus Abteilung ist motiviert Teilgruppe 2 Sonstige Arbeitskräfte 10% Lego Wisch und weg Werte übernehmen Datenbank wurde aktualisiert Fulltime Equivalence definieren 10 Vollzeitarbeitskräfte arbeiten 40 Stunden die Woche Diese haben Hauptschulabschluss beziehungsweise mittlere Reife und abgeschlossene Berufsausbildung Werte übernehmen Datenbank wurde aktualisiert Wissensrelevanzzeit und Betriebszugehörigkeitsdauer definieren Wissensrelevanzzeit ist vordefiniert Durchschnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer 15 Jahre Werte übernehmen Erika mit solchen Aktionen bringen sie sich ratzfatz auf die Abschussliste Datenbank wurde aktualisiert Euro Betrag für Personalentwicklungsmaßnahmen für Abteilung Stromberg definieren PE gleich 100.000 Euro Stromberg Justierungsfaktor gleich 1 Abteilung Dorkulu UPE gleich 100.000 Euro Justierungsfaktor gleich 2 Werte übernehmen Datenbank wurde aktualisiert Wertänderung definieren Abteilung Stromberg Abteilung Stromberg Weiche Faktoren jeweils 0,5 0,5 0,5 Abteilung Dorkulu Weiche Faktoren jeweils 2 Werte übernehmen Datenbank Datenbank wurde aktualisiert Einzelergebnisse Abteilung Stromberg Zusammenfassung Stromberg Wertbasis 401.969 Euro Wertverlust Minus 135.409,96 Euro Personalentwicklung 100.000 Euro Weiche Faktoren Minus 61.093,17 Euro Human Capital gleich 183.279,52 Euro Mensch Annie Alte Speiche Einzelergebnisse Abteilung Dorkulu Human Capital gleich 933.118,08 Euro Dorkulu Means Money Gesamtergebnis der Kapitolversicherung Human Capital gleich 1.116.397,60 Euro Logout Made by www.orga.tv 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 www.orga.tv